Jo, herzlich willkommen zu meinem 55. Let's Play. Wie gesagt, sagt, was ich skillen soll. Ich kriege die 5 Talent-Pump zurück von dem Dolchen. Und bin jetzt auf dem Weg, die Troll-Legenden zu holen. Und dafür bug-use ich ein bisschen. Und laufe einfach oben lang. Wo steht sie denn gleich? Scheiße, nein. Da drüben war's. Oh. Naja. Kann man nix machen. Hin, einsacken und dann... Wo war die letzte? Auch irgendwo in der Nähe, glaube ich. Scheiße, nein. Nein, ich will doch die Legende mitnehmen. Fuck! Mann! Klasse. Ich kürze den Tod eben ab. Bis gleich. Und so, jetzt bin ich schon hier. Ging schnell, was? Ach, Mensch. Ich glaube, ich werde da wieder sterben. Wie lange hat das denn abklingt, seit... Was, 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 was? Nein. Diese Fähigkeit ist noch nicht... Aber wohin? Scheiße. Und nochmal das Ganze. Das kürzt sich dann jetzt nicht ab. Da ich euch eben... Wo ich... ...bescheuert lang gelaufen bin. Lalalalalala. Ego-Perspektive ist toll. Habe ich ja Zeit, wieder den Skill anzugucken. Wenn die wegfallen... ...wenn die wegfallen... ...möchte ich das... ...und das... ...in die Reihe gekommen bin... ...kann ich also alles B4 skillen. Aber was? Insgesamt 6% mehr Parierchance. 50% mehr häckseln. Schneller... Äh, nicht schneller. Länger. Längeres Anhalten von Solarplexus. Aber das benutze ich ja kaum. Deswegen glaube ich nicht. Oder ein Drinnen. Da ist mir Parierchance ja am liebsten. Obwohl das... ...wenn ein Drinnen... ...länger ein Drinnen und länger sprinten... ...ist auch nicht schlecht. Und mehr Ausdauer. Schwierig, schwierig. Naja, einfach reinschreiben. Wie gesagt. Wie komme ich jetzt... ...wenn ich hier raus? Ah, da ist der Schatz wieder da. Ah, mein Herzchen. Wie komme ich raus? Ich habe eine ganz simple und zu kloppte Idee. Die hat aber eventuell funktioniert. Diese Fähigkeit ist nun nicht bereit. Alter. Das ist ja doch daneben gehen können. Oh. Wie soll ich jetzt den hier ausnocken? Scheiße. Die letzte Legende ist da. Hinter diesem Stein. Hinter dem... Da. Man hat es Glitzern gesehen. Da ist sie. Das ist halt die Bombe, aber cool, da. Eventuell kann ich hier lang. Ja. Schneller. Sieh durch. OMG. Drei Tote in einer Folge. Ich übertreffe mich selbst. Mann. 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 Aber da kann ich ganz easy hin. Gut, dass ich da hingelaufen bin. Einreim, wie du wüsst. Alle Trollegenden eingesackt. Check. Wer ist in der Raptorjagd? Kein Check. Suche nach dem Jägerlager. Da haben wir auch noch gar nicht gequestet. Warum sollten wir das jetzt suchen? Ey, du bist ja voll der Holzkopf. Du komischer Questgeber. Wie gesagt, doch. Uns fehlen noch die Raptoren. Dieses, die in der Kristallspil, da können wir... Doch, die können wir hier machen. Ich glaube, die sind aber orange. Das kann sein. Überall sind diese Perner. Nein, ich will leben. Nervt mich nicht. Wow, tatsächlich geschafft. Und jetzt landen wir auch noch bei roten Mops. Wirklich toll. Wie meine ich? Wie soll ich denn hier aus? Ich bin total am verzweifeln. Natürlich. Das erste Mops, was mich sieht. Hauptsache ich vom Sattel. Warum nicht? Nochmal ein Tipp. In diesen schwimmenden Wrackteilen gibt es so ein Fertigkeitsbuch. Einmal ein paar Mal drin angeln. Das ist so eine Truhe. Die hat dann ein Angelnbuch. Wenn ihr das lernt, genau hier, gibt es ein Achievement und ihr könnt Fische aufspüren. Das braucht ihr sogar für den Titel Schrecken der Meere merken. Hier können wir die Ohren auch holen. Hier waren wir jetzt schon dreimal als Besuch bei diesem Friedhof. Ungewollt oder gewollt. Man weiß es nicht, ja. Suche nach dem Jägerlager. Jägerlager. Aktionshaus von der Allianz. Post. Allerdings ist da kein Briefkasten. Das ist sehr schade. Nach der Truide mit dem und den beiden war ich vorhin in der Gruppe. Keine Ahnung, wie haben wir mich auf einmal eingeladen. Bin ich wieder rausgegangen. Vielleicht wollte ich mir die Kids teilen. Ich weiß es nicht. Ey. Hier. Sire. S.J. L. Gardin. Seid gegrüßt. Cool. Kompli. Und siehe auch nochmal. Ich will schon davon rote töten, glaube ich. Von Level her natürlich. Verflucht. Vermisst. Vermisst. Mischung, was verflucht und vermisst. Genau. Okay, den mal. Nur im PC. Das gibt's ja gar nicht. Ich glaub, der stirbt daneben, wenn der so weiter macht. Oh, schaule. Mischung, wie hast du deine komischen Legenden. Mischung, wie hast du deine komischen Legenden? Mischung, wie hast du deine komischen Legenden? Oh, da ist er tot. Ja, die Ohren könnte ich mir besorgen und die Fetischs. Und die Raptoren könnte ich auch machen. Ohren. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? und so. Ja, dann glaube ich, probiere ich die Raptoren nochmal. Sollten klappen. Oder nee, ich mach die Ohren zuerst. Ach, verflucht. Mutanfall. Den nenne ich auch gerne mal. Eine Seite. Wow. Entscheint haben die die öfter. Ich werde gerne mal wenigstens eine bald fertig. Die sollen alle Wutanfall. Das ist eigentlich voll auf. Ich will auch Wutanfall haben. Im Game, natürlich. Erdrosselt und verfehlt. Passiert, was auch immer. Kann ich mit dem Streitkolben eine Blutung zuursachen? Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nee, das sind die normalen Tiger, die ich vorhin besucht habe. Und natürlich gibt's jetzt zu haufen. Weise. Oh, die sind noch gar nicht ganz rot. Könnten wir auch noch mitnehmen. Und tschüss. Gleich. Mit so wenig Leben wird das nix. Ich glaube, nächstes Mal, wenn ich entsprommen bin, hole ich mal was zu essen. Das wäre wahrscheinlich ein Vorteil. Ich bin ja nie ein Lieb und alles, was ich hier brauche. Was ist denn noch eine Trolle da? Whatever. Bis zum nächsten Mal.